Hier spricht Stefan Stein von der Wetterstation. Die Stürme über Nordwest kommen herein über Schleswig-Hussheim und Dwarfs und Achtern über Hamburg. Ich mein, wenn er so schlecht, dann blieb man zu Hause, ne? Siehst du das? Wir haben gerade in Köln eine ähnliche Erscheinung. Gerade der ganze Ring, ne? Nebelfelder, Wolkenbrüche. Gestern war er am Fisseln, heute ist er am Räne. Und der meteorologische Institut seit morgen der gleiche Dries. Ist es überraschend gekommen? Gerade jetzt, wo man sich eingestellt hat oder vielleicht ist gewohnt, was ist gekommen? Ein Schnürregen. Ein Schnürregen haben wir. Ich sag Ihnen, das ist eine richtige Sauwelle, ein Elenix, ein Sauwelle. Aber wir haben neugfass in der Glücksstopf, sage Ihnen. Seit drei Minuten haben wir das schönste Wetter. Gerade so, wir haben das Sonne. Pass immer. Ah ja, so isch. Ah no, mir sag's gleich. Gerade eben fahr's schon wieder aus. Ist am Regen und jetzt bin die erste Tröpfel schon grad gefallen. Das Beste, sie geht wieder ins Häusle. Ich weiß nicht, was die Berliner immer wollen. Von wem Berlin ist eine Reise wert. Ja, ich erzähl mal. Ich hab mal gestern einen leichten Mantel gekauft. Ja? Geh ich raus. Ich hab ja vor und sag Ihnen, ich könnt mal peitschen. Ja? Jetzt sitze ich damit. Also, ich will mal sagen, wenn Sie wirklich nach Berlin kommen, ja? Suchen Sie mal eine andere Seite aus. Also, Suicide, ja? Können Sie sich nasse und kalte Beene auch woanders holen. Hey, hör's mal. Das ist doch furchtbar. Hier bei uns in Frankfurt in der Kaiserstadt. Ich meine, wir haben doch die Brüder hier von der Wetterstation. Da haben die ihr Büros hier bei uns in der Kaiserstadt und die machen so Wetter. Ich meine, das ist doch furchtbar. Also wirklich, hör's mal. Herrschaftsbosse sind es. Das ist furchtbar. Erbarmung, was haben wir in Königsberg? Ein Wetterchen? Na, wenn ich Ihnen sag. Also, wir haben kein Sandsturm, nuscht nicht. Nein, nein. Wir haben gar nuscht. Keine Springflut, kein Gefrier und so gar nuscht. Das ist richtiges Pumuchelskopfwetter. Richtig, ja. Also, ich weiß nicht. Wir reden oft über das Wetter, aber zur Zeit. Man weiß gar nicht, worüber man überhaupt noch reden soll. Lerge verfluchte Pironie, verstehst du? Kommst du nach Bressenau zu uns in die Siebenbürge, verstehst du? Wenn du kimmst, gutes Wetter, kommst du nicht schlechtes Wetter. Aber wenn du kimmst, bei Ihnen Wetter, kriegst du immer einen guten Schnaps, verstehst du? So machen wir das. Ich möchte mal hier was verkünden. Meine Damen und Herren, was ist das für Gelaber ums Wetter? Ich will Ihnen mal ganz ehrlich meinen Rat sagen. Das ist nämlich irgend so ein Lümich, der hier Anfragen stellt. Und wir wissen auch, woher diese Anfragen kommen. Nämlich von den monopolkapitalistischen Ländern. Und darum sagen wir, wir schalten.